Boobs, Ditz and Rock'n'Roll, Willkommen bei W.O.T. Du hast Boobs gesagt. Es geht wieder ein... Willkommen zum nächsten Teil von Let's Effect-Feuer. Rita ist die arme Potzau, die das Effect-Feuer abfunkt. Die Kamera liegt aber bei mir, dem 1C, der das Effect-Feuer verursacht. Und los geht's! So eine bescheuerte Amulation. An alle, die sich jetzt irgendwie sexuell angegriffen fühlen, besprecht das mit dem Hip. Ja, er greift gerne an. Genau, er greift dir mit dem Quaxikotl. Ja, der Süßereg steht auch gerne für solche Gespräche zur Verfügung. Aber es wird das Niveau eher senken als eben. Verstehe. Wir begrüßen auch dabei gleich einen neuen Gast bei unseren ganzen... Stimmt eigentlich, die Melly, die waren letzten Teil schon dabei. Hallo Melly, ganz offiziell. Hallo Melly. Hallo, ich bin Melly und die Spiele D.O.T. Hallo Melly. Ja, wir haben das mit uns gelöst. Wir haben eine weibliche Mitspielerin. Richtig. Ist ja nicht so, als hätte man früher schon die Kitty dabei gehabt. Unser Clan ist der Doof-Clan und wir haben ein weibliches Wesen. Wo, wo? Und wir haben zwischen mehr NSC als Bt7 im Clan. Oh, wie ist das? Was macht sie da vorne, ihr Lemmige? Egal! Ich bin ja neuerlichry gesorgt. Ja. Bist du neppert. Wenn man weiß, wie's geht, geht's. Ja. Ihr habt meinen Motor zerschossen. Ich kann ihn nicht bewegen. Ja, ihr habt da die Ketten abmontiert. Das bringt mir sehr viel, wenn du mal die Ketten... Melli, warum schaust du nicht ab? Ja, das ist ja so sinnfrei, der Motor. Gleich noch eins. Schöne Düftungsschlitze hinten rein, da ist ein Schwachpunkt. Ja, ich hab einen Kill. Und ich hab immerhin 63 Wohl getroffen. Ah ja, beim Let's-Effekt-Feuer gibt's immer drei Runden. Weil die Runden verdächtigst schnell zu Ende ist. Wenn du den Let's Blend-Reeder hast, das klingt so gut aus. Mama, was? Blend? Ja, Blend-Kanad. Warum soll man Reeder pflanzen? Blend. Achso, Blend. Blend, nicht Blend. Ja, ja, ich hab Blend verstanden. Mein damals Ernst ist der Chef. Ich bin's der Chef und die Pflanzenräder. Mit Blumenerde, Kompost, Dünger und Hock-Schnitzel. Und alles aus dem Lagerhaus. Lagerhauser. Lagerhauser. Ich bin's der Lagerhaus. Wenn sie das sehen, für die Werbung zahlen sie uns für ein paar Euro. Dankeschön. Ich glaub, das ist es machen. Heißt die Flagge geil, die Flagge ist so geil. Die Bischöse auf die Valley. Ja, die Mauser, wusste wie es geht. Ich schieße um die Valley. Gern Melli? Jaja Weil das jetzt in Gravitation uns wird? Da Hip denkt schon wieder an Doppelsonnen Da ist der Reader und er macht auf den Kämpfen Der Reader der lernt dazu Der bietet uns seinen Arsch nicht mehr an Was soll man davon erteilen? Ich schaff's trotzdem Du schierst nicht schon auf mich, das soll in der Kack Boah! Jetzt wird an den Schuss gefahren Niki, du depp Boah Also die Position ist extrem schlecht für die Deswegen ist er echt schlecht schon Ihr wollt grad sagen, ja Also das war glaub ich kann gut die Idee Aaaaaaah Was tut ihr noch? Bist du bereit für Runde 3? In der dritten hab ich geschafft wieder Lass dir was einfallen Ja Wenn wir zusammen mit Bulks sind Sind wir unkaputtbar Boah 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 Warte kurz Dann nehmen wir irgendeinen Briten mit Rundumpanzerung Die ganze Sache hat sich erledigt Hahahaha Genau das ist das Problem Wir verhungern nämlich auch den Briten Ja aber was soll sie noch machen? Soll er uns jagen und verhindern Seine Base Vorhin haben wir vier unbedingt blockieren ihn Oder fünf oder sechs oder zehn Und einer springt drauf oder was? Ja genau Boah 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 das der ist wieder mal so dumm er hat mich getrennt und das erste genau vor mir Nananananana. Nananananana. Schon wieder im E Everyone? Ich locke den Kielstufelsuy zum Vietnamaut. Das ist das Glück für Not, geiler. Ich weiss es auch nicht. Alter Schwede. jetzt probier ich is aber. Ok, aber vorher verabschieden wir uns und sagen dann bis zum nächsten Teil Leute. HA! Schweer.